Musik 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 Wir haben den zweiten Pris des Bénévolins mit 20 Bénévolins und 20 verschiedene Vereine gekauft. Es hat ganz viel gewusst, dass das Seil, die Pille von den Vereinen, von Benevolat, vom sozialen Zusammenhalt der Stadt Dittling ganz wichtig ist. Und man weiß auch, wie diversifiziert die Vereine nach Benevolat heuer in Dittling. Und das ist ein exemplarischer Weg, den die Leute gegangen sind. Und dafür haben wir uns auch ein Eier gemäht, die Stadt Dittling, die Vereine zu ehren. Ja, der Benevolat ist ganz wichtig für ein Gemeinde, für die Liebe, die Dynamik an der Gemeinde. Wir brauchen Vereine, die liefig sind. Wir brauchen Vereine, die Sachen organisieren. Und Vereine brauchen Leute, die sich an ihrer Freizeit engagieren. Und dürfen mehr als Gemeinde leben. Aber das bringt Ambiance-Dittling, das bringt Animation, das bringt Leute zusammen. Die sollen flotte Momentum annehmen verbringen. Das ist mein Gemeinde. Und das kann natürlich, das ist der zweite Mann, alle Studenten gerne mit den Leuten zusammen. Aber ja, ich engagiere mich ganz gerne, weil ich vorne in der Studenten aber so nicht kann. Ja, die Zukunft nicht mehr von der Gemeinde sein und die Zukunft von der Gesellschaft. Ich will Dittling vertrauen, weil Dittling mich einfach fasziniert. Ich habe schon 30 Jahre gewohnt. Und ich so nicht mehr nach Dittling als ich mich. Und ich stelle die fantastisch aus. Und ich kann wohl empfangen. und ich wollte mich mal nach withen sehen. Und ich bin die Übung Nader in der Stadt Wohnung. Schreie mir einen Namen mit dempart Eleven. Und ich konnte euch dieguy'deеть Giovane. Und ich sage euch das mal. Und ich sehe euch die Leute. Sch하고 lil accept, Alyff tenemos tro sich.